Fish Sus, ein mörderischer Karpfen hat sich Among Us geschlichen. Ein Spiel, das ich tatsächlich noch nie gespielt habe. Ich bin generell jemand, an dem solche Hypetrains immer komplett vorbeigehen. Entweder, weil ich mich nicht von Anfang an dafür interessiere, oder halt dann der Zug schon lange abgefahren ist und die anderen sich nicht mehr dafür interessieren. Ich halte mich lieber an Dinge, die halten, wie Mario Maker oder Retro-Spiele. Ja, die auch nach 10 Jahren oder mehr noch Spaß machen. Ich wollte gerade sagen, vielleicht sollte ich mich in Zukunft generell nicht auf das Level konzentrieren, sondern einfach irgendwas labern. Hat gut funktioniert bis zu dem Zeitpunkt. Wo kam jetzt... Das passiert automatisch. Und die Piranha-Pflanze sehe ich. Sieht irgendwie lustig aus. Was ist denn das hier für ein Gewurstel? Kann ich jetzt den Schalter nochmal an... Nein. Ähm... Müsste man eigentlich überleben können, oder? Ich bin mir da allerdings nicht hundertprozentig sicher. Oh, man kann es tatsächlich überleben. Aha. Was für ein schöner erster Raum. Ich muss wohl hier rein. Es gibt keine Alternative. Aber dieses Blatt... Dieses Blatt ist sass. Offensichtlich nicht. Boah, dieser Troll funktioniert halt echt nur, wenn man da hinläuft, hört, dass irgendwas aktiviert wird und dann vor Angst wieder zurückläuft. Haha. Das finde ich an Troll-Leveln so faszinierend. Wie kann man das nur voraussehen? Wie kann man sich so in die Psyche seiner Opfer hineinversetzen? Es gibt nicht mal einen Grund, sich hier zu ducken, oder? Ja gut, die Spikes da halt. Aber die trifft man eh nicht. Nein! Haha. Einfach nach vorne halten. Und ab durch die Tür. Ich habe den ersten Raum geschafft. Aha. Will ich einen Pilz? Ja. Sind das echt keine Eiszapfen, die von selbst fallen? Die sind doch so hell. Ich kann die wirklich nicht auseinanderhalten. Es ist zu hart. Moment, ich will hier eigentlich nicht stehen bleiben. Ich habe noch nicht mal angefangen, rote Münzen zu sammeln. Vielleicht sind die ja aber auch nur fake. So, jetzt wird es lustig. Okay. Ist dieser Checkpoint erreichbar? Tatsache. Dann geht es wohl jetzt... Mhm. Uff. Jetzt geht es los mit den roten Münzen. Sind es tatsächlich zehn? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ne, es sind nur neun. Macht das einen großen Unterschied? Vermutlich nicht. Äh, Tür Nummer eins? Was ist denn da oben? Ich rieche einen geheimen Ausgang. Developer Exit? Ja, ist klar. Merke ich mir aber trotzdem mal, weil es so offensichtlich präsentiert wurde. Das könnte ich vermeiden zu aktivieren. Ist es aber wahrscheinlich nicht, oder? Oh, was ist das? Oh, nein, nein. Ich wollte das nicht. Dann muss man den Sprung hier echt schaffen? Hm. Ungewöhnlich. Das sieht man echt auf den ersten Blick nicht. Sieht halt aus wie... Keine Ahnung. Wonach das aussieht. Weg damit. Ich habe keine Verwendung dafür. Jetzt habe ich eine Feuerblume. Wenn ich jetzt nochmal zurückkäme in den Raum mit der Türauswahl, das wäre wahrscheinlich... Gar keine gute Idee, aber ich mache es trotzdem. Geht aber nicht, oder? No, 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 no. Vielleicht sollte ich das auch werfen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das zu offensichtlich wäre. Hm. Ich habe nichts gesagt. Kommt jetzt der Wiggler trotzdem da raus? Ich würde echt gerne mal was... Das geht ja gar nicht. Nur die Eisblöcke mit den Münzen drin kann man auf... Wenn ich jetzt da durchspringen, dann geht das alles kaputt. Das ist nicht, was ich will. Okay. Was? Spätestens jetzt muss ich es werfen. Das hilft nichts. Nur vielleicht hier mal auf die andere Seite. Das ist so verwirrend. Da kommt ein Fisch. Ich sehe... Ernsthaft jetzt? Nee. Man darf hier wirklich... Ich habe das hier für eine harte Wand gehalten. Deswegen. Und dann springt man da durch. Meine Stirn ist hier nicht sicher. Ja, das... Hätte man sich wohl denken können, ja. Das heißt, ich muss den Schalter nochmal irgendwo umstellen. Muss ich jetzt etwa auch noch anfangen zu denken? Ich will den Troll-Level nicht denken. Was ist denn hier? Yes, das ist es. Münze Nummer 1. Hi. Keine Ahnung, was das alles noch ist. Ich hoffe, es hat mich nicht zu interessieren. Die Begrüßung verdoppelt. Ich weiß gar nicht, was ich hier angucke. Ist auf jeden Fall etwas, womit ich meine Münze abspeichern kann. Das macht mich äußerst glücklich. Prima. Und jetzt sterben? Ich mache jetzt sicherheitshalber mal die Röhre, die man ansonsten als letztes machen würde. Was steht da? Bestimmt darf ich hier nicht stehen bleiben und ich soll das nur nicht lesen können. Krrrratt. Achso, Kratt. Das stand auch in der Beschreibung. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Ich habe keinen Schlüssel. Hat Bum-Bum den Schlüssel. Oh, ist das vielleicht... Das ist der Ausgang. Ist also wirklich die letzte Röhre. Oh. Wo kommt ihr denn her? Na... Ich wollte in die zweite Tür. Toadette mal wieder zu übermotiviert. Aber sie überlebt dafür auch nicht sehr lange. So, schön langsam. So. Gemeinsam schaffen wir das. Ich aktiviere einfach alles. Gut. Gut. Am Leben sein ist immer gut. Nein? Machen wir doch direkt mal. Lassen wir den Launcher links liegen. Oder rechts in diesem Fall, besser gesagt. Ich... Mit diesen Schaltern, ich kann das nicht mal ansatzweise vorhersehen, was da passiert. Und hier sind drei Münzen auf einmal. Nee. Muss man sich aber auch echt Mühe geben. So, der Fisch. Das hat er verdient. Kann ich mir hier irgendwas Nützliches erschaffen? Ja. Nein. 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 Weil jetzt bin ich groß. Und das will ich hier nicht sein. Immerhin kein Softlock. Hier passiert eigentlich gar nichts. So. Aha. Perfekt. Habe ich ausnahmsweise mal was richtig gemacht. Notenblock, den ich auch tatsächlich benutzen muss. Oh nein. Oh nein. Da war eine Feuerblume drin. Wo sind die überhaupt hin jetzt? Vielleicht da drüben. Ah. Nein. Hier sind nur verdächtige Dinge. Die will es echt wissen. Die hat keine Gnade. Die hat vom Konzept der Gnade noch nie was gehört. Ah. Ja, damit. Mhm. Yippie. Das ist so merkwürdig. Warum muss ich hier so komische, präzise Sachen machen? Ah. Alles klar. Die Münze ist noch nicht gespeichert. Aber in wenigen Metern ist sie es. Prima. Was ist das eigentlich für eine Tür? Vielleicht führt die hier hin. Und weil dann der Schalterstatus anders ist, geschieht etwas. Wieso muss ich hier eigentlich immer sterben? Dann muss es ja einen geheimen Ausgang geben. Weil sonst kann man das Level nicht hochladen. Tür Nummer drei. Da kam ein Geist. Hatte wohl was mit dem Block hier zu tun. Ja, der geht tatsächlich nur bis da. Wie? What? Brauche ich den Stern immer noch? Ich fühle mich etwas gehetzt. Kann ich so akzeptieren? Kann ich so nicht akzeptieren? Weil jetzt stecke ich hier fest. Und die Lösung ist nicht offensichtlich. Geht das? Kann man so die Kugel umdrehen? Da bin ich mir echt nicht sicher. Muss ich mal ausprobieren. Ich dachte eigentlich, die würde nur kaputt gehen. Warum ist da unten auf einmal eine Wolke? Oder vielleicht so? Oh. Oh. Moment. Aha. Alles klar. Totaler Fake-Out. Mit diesem Weg da. Ich habe dagegen gedrückt. Mehr kann ich nicht machen. Ich hasse den Stern. Habe ich das schon mal erwähnt? Wie sehr ich den Stern hasse? Für seine veränderte Physik? Bleib jetzt stehen. Herrgott, dieses Ding, du. Das ist doch mehr Last als Hilfe. Deswegen benutze noch niemand. Außer in Troll-Leveln. Ach ja? Lelski. Das war super knapp. Jetzt könnte ich hier wieder zurück. Sehe ich jetzt nicht gerade den Sinn drin. Aber das ist wahrscheinlich der Sinn. Ja, dieser Geist. Ey, wieso verfolgt der mich jetzt durchs gesamte Level? Und vor allem, warum ist der so schnell? Das war's, oder? Gut zu wissen. Gut zu wissen. Ich mit meiner Wolke hier. Mein Freund, die Wolke. Das heißt, ich will mich hier einfach nur beeilen. Ja, der ist schon wieder da. Ach so, nein! Ich bin so ein Lappen. Das war ja gar nicht... Das hatte ja gar nichts mit dem zu tun. Also einfach zack und weg. Mhm. Münze acquired. Ich weiß nicht, was da oben für komische Hinweise waren. Ich konnte mir aus denen jetzt nicht wirklich einen Reim machen. Dieser Münzpfeil da, der auf den Spike gezeigt hat. Bestimmt sehr, sehr wichtig. So. Ein weiterer Tod. Deswegen ist die Abschlussrate so gering. Weil man... Wenn man das Level normal spielen will, muss man nach jeder Münze sterben. Ist nicht in Ordnung. Ach, meine Augen. Ich erkenne nichts. Links sind Spikes. Rechts sind Spikes. Oben geht es nicht weiter. Doch oben geht es... geht es auch nicht weiter. Ha. Ja, ja. Nee. Oder vielleicht doch. Ich hätte stehen bleiben müssen. Oder da links reinlaufen. Ja. Ja, das hätte ich wohl... Hätte ich wohl machen sollen. Da kommt noch mal einer. Das heißt, den will ich... für den Damage Boost. Und anschließend... Anschließend? Anschließend bleibe ich hier nochmal stehen. Aha. Perfekte Sache. Mich zerquetschen lassen? Nein. Diese Sache hier öffnen lassen? Wo bin ich? So, jetzt bin ich hier durch. Stehen bleiben. Ja, dieser Mix aus stehen bleiben, schnell machen, stehen bleiben und nachdenken. Das ist die tödliche Kombo. Oh nein. Vielleicht sollte ich wirklich nicht stehen bleiben. Die Neugier. Die Neugier. Ich bin nicht tot. Was steht da? Wend? Ein Abzugsschacht. Hat das was mit Among Us zu tun? Oh. Ach, das sind Spikes. Hm. Was war das jetzt noch gleich? Das habe ich gar nicht gesehen vorher. Enttrollt. Ich gehe jetzt einfach, klug wie ich bin, hier durch. Nein. Hätte da nicht ein Power-Up hinter mir versteckt sein können. Wäre das nicht eine Möglichkeit gewesen. Stopp. Das ist so einfach, dem auszuweichen eigentlich. Er hat's vorausgesehen. Das gibt's nicht. Ich wollte den Panzer in die Pirandia-Pflanze nur reinfallen lassen, anstatt ihn zu werfen. Und das hat er vorausgesehen. Gegen so viel Genialität kann man einfach nie... ... Vielleicht ist der Block auch nur dafür da. Möglicherweise. Vielleicht habe ich ihm zu viel attestiert. Vielleicht renne ich einfach durch. Vielleicht mache ich das. Du kannst mir jetzt... Nein. Nein. Es ist nicht richtig, diesen Block zu aktivieren. Ja, alles was ich getan habe, habe ich getan, um diesen Block nicht zu aktivieren. Absichtlich. Ich aktiviere den Block. Und der Spuk hat ein Ende. Das ist wirklich alles. Warum? Ist da nochmal ein Ausgang mit zwei Schaltern? Aha. Das war alles insofern richtig. Nur darf ich... ...ääh... ...das Power nicht mitnehmen. Ich glaube, das war alles. Aber dann kriege ich jetzt hier den Helm. Und bin durch. Nächste Münze in meinem Besitz. Noch zwei. Plus die Safety Coin. Die rote Röhre. Ebenfalls sehr verdächtig. Oh, das ging schnell. Das ist auf jeden Fall der Weg, den ich gehen will. Vor allem, es sind ja nicht nur diese random platzierten Blöcke überall. Sondern dann noch komische Leben, die da durchs Bild fliegen. Alles was den Blick für ein paar Millisekunden ablenkt. So. Stopp. Ah, der geht nicht drauf. Weil der nicht auf dem Launcher gesteckt ist, oder? Sehe ich das falsch. Irgendwas sehe ich definitiv falsch. Da komme ich nicht mehr raus anschließend. Was mache ich denn dann? Werfe ich von hier? Das bringt ja auch nichts. Ist das hier keine Wand? Doch, das ist eine Wand. Hier ist offen. Hier ist offen. Alter Schwede. Das. Würde mich echt mal interessieren. Hab wirklich nur ich das nicht gesehen jetzt, dass da offen ist? Was ist das hier jetzt eigentlich schon wieder? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich brauche den Panzer nochmal. Oder ich gehe hier hinten durch. Das ist auch eine Möglichkeit. Jetzt habe ich ja ein wachsames Auge für Stellen, die gar nicht wirklich zu sind. Da ist... Ist das eine Wolke oder nicht? Fragen über Fragen. Yeah. Oh! Das ist vielleicht nicht schlecht. Kein Helm. Kein Helm. Kann ich mich jetzt etwa hier nicht umbringen? Doch. Ich muss einfach nur zum richtigen Zeitpunkt springen. Alles klar. Der Raum sieht riesig aus. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Yes. Ui. Guck dich das an. Fortschritt. Ich wusste es, dass sie wegfliegen wird. Was ich nicht wusste, war, dass sie erst nach oben geht. Und ich deswegen an ihr vorbeischieße. Wo ist hier? Ist hier schon wieder irgendwo offen? Oder wo gucke ich da eigentlich drauf? Die Bombe. Ich brauche einfach nur die Bombe. Manche Trolle... Vielleicht hätte ich auch den Schalter aktivieren sollen. Yay. Nein. Muss ich überhaupt lang? Ah! Hier hat das wohl so gemacht, dass es keine Rolle spielt, ob man die Bombe in den Händen hält oder nicht. Äh. Warum ist hier eine Box? Warum ist hier eine Box? Das geht halt echt nicht, ne? Man kann die nicht abschießen. Aus irgendeinem Grund. Löst die sich da perfekt vom Stapel. Ich bin so müde. Bitte nur einer? Da hinten ist nochmal ein Eiszapfen. Oha! Nein! Ich wurde ein bisschen zu aufgeregt. Ein bisschen zu freudig. Und das nutzt er natürlich eiskalt aus. Darf ich sie wenigstens abspeichern? Darf ich. Dieser Raum hat sich jetzt angefühlt wie ein komplettes Troll-Level. Ah, war das anstrengend. Was hält die grüne Röhre für mich bereit? Angst und Schrecken. Dann kriege ich die Münze sofort. Dann kann ich ja wieder zurückgehen. Hahaha! Wow! Die könnte ich einsammeln. Warum? Ständig, ne? Power-up, ja oder nein? Es ist halt 50-50. Man kann es nicht wissen. Okay. Looper? Okay, das konnte ich nicht verhindern. Ich hätte es verhindern können. Die Münze einsammeln war richtig. Sonst kommt der Helm da nicht durch. Und deswegen ist sie auch durchgestrichen. So. Äh! Zurück! Es reicht gerade so. Trotz Eis. Ich gucke ja immer, ob ich irgendwie durchkomme, ohne irgendwas zu machen. Was in diesem Fall nicht der Fall zu sein scheint. Ich weiß echt nicht, was das ist. So, jetzt kille ich den Fisch. Help me! Ganz diesen hole ich mir den Pilz. Das funktioniert. Und im Anschluss Was soll ich denn mit der? Da ist gar nichts. Will ich die? Weg damit! Geh weg! Äh! So. Ich habe hier definitiv Dinge richtig gemacht. Aber das mit der Ranke, das ist ultra genial. Jetzt kann ich hier stehen. Wow. Ich habe alles. Ich habe alles, was ich brauche, um glücklich zu sein. Muss ich jetzt nochmal sterben? Ein letztes Mal? Das ist bestimmt nicht das letzte Mal. Aber das Ziel ist schon mal in Sicht. Das macht Hoffnung. Doch. Ich dachte gerade, ich hätte nochmal einen Extraschlüssel bekommen. Das ist in Ordnung. Genau das habe ich vorausgesagt. Hahaha. Denn jetzt bin ich hier mit verändertem Schalterstatus. Was dazu führt, dass ich Großartige Dinge erlebe. Vielleicht kann ich ja jetzt da oben was machen. Hm. Hm. Irgendwie nicht. Ja dann, äh. Keine Ahnung. Ich kann nur hoffen, dass er es so gemacht hat, dass es jetzt keine Rolle spielt, in welchen Raum man reingeht. Der hier war mir halt von Anfang an schon am verdächtigsten. Ich muss aber jetzt nicht wirklich alle roten Münzen nochmal sammeln, oder? Das würde ich, glaube ich, nicht durchstehen. Wirklich nicht. Jetzt kann ich das hier öffnen. Aha. 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 Wieso? Wieso hat es den abgewehrt? Ich meine, sieht schon ein bisschen nach Fortschritt aus, was ich hier mache. Letztes Mal musste ich ihn hier runterwerfen. Das mache ich dieses Mal erneut. Jetzt kann ich da oben hin. Äh. Ich kriege einfach nur die Münze. Ich kriege wirklich einfach nur die Münze? Was war denn hier? Nein. Nein. Erlösung. Erlösung. Zumindest teilweise. Oder auch nicht. Nein, nein, nein. Das ist ja genau das, was er will. Nämlich, dass ich wieder hier an diesem Checkpoint bin. Und die nächste Münze einsammeln kann. Ich gehe jetzt... ...nochmal in die letzte Röhre rein. Ist hier vielleicht irgendwas anders? Irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Tür Nummer zwei. Oh. 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 Hahaha. Es ist halt alles anders, ne? Es ist wirklich... ...twice, twice. Warum lässt er mich jetzt hier nochmal zurück? Das ist... ...verdächtig. Hahaha. Alles klar. Man kann wieder mal nichts sehen. Und da unten. Alles beim Alten. Geht das jetzt so weiter? Ich muss alle Münzen nochmal sammeln... ...und ab und zu kriege ich einen Fisch auf den Kopf? Oh. Wie grausam. Wie grausam kann man denn bitte sein? Äh. Jetzt verfolgt er mich auch noch. Der kommt doch zurück, oder? Hahaha. Das ist immer noch gleich. Das ist die tödlichste Mischung. Sachen, die gleich sind und Sachen, die anders sind. Jetzt komme ich hier aber ohne Blume durch, oder? Mhm. Ich muss das halt echt wirklich machen. Echt wirklich tatsächlich. Total. Tür Nummer 3. Wir spielen... Geh aufs Ganze, nur hinter jeder Tür ist der Zonk. Please, geh da runter, Mann! Ja, der kommt diesmal sogar von alleine. Das habe ich letztes Mal gar nicht gemerkt. Weil meine eine Gehirnhälfte schon abgeschaltet hat. Mhm. Hä? Jetzt erst mal überlegen. Die Wolke... Brauche ich die noch? Theoretisch will ich nur den Stachelball aktivieren. Weil der wird diesmal weggeschleudert in die andere Richtung. Was kommt da? Was kommt da? Was kommt da? Ist das nicht ne Sackgasse? Ich hätte da drüben hochgemusst. Wie vorhin auch. Hätte ich mir... Da hätte ich mir denken können. Ach, diese Stelle? Mhm. Okay. Den schlimmsten Raum habe ich ja aber noch vor mir. Aber stimmt, den gab es ja auch noch. Diesmal darf ich den Pilz nicht haben. Weil ich habe keine Gelegenheit mehr, mich jetzt noch klein zu machen. Aha. Ich kann nicht fassen, dass man das jetzt wirklich alles nochmal machen muss. Das ist doch nicht in Ordnung. Was ist das denn? Nein. Jetzt kommen mir auch noch Pilze. Kann ich das verhindern? In diesen... Nein. Clowncastsack. Will ich jetzt den Pilz oder will ich ihn nicht? Eigentlich will ich ihn ja schon. Waaah. Wieso ist denn hier jetzt zu? Ich darf halt hier nicht getroffen werden. Oh yeah. Jetzt komme ich aber hier wiederum nicht durch. Ohne meinen Kopf in die Säge zu rammen. Doch. Aus irgendeinem Grund. Waaah. Waaah. Wenn das Level nicht auch noch zusätzlich so... so eng und nervig aufgebaut wäre. Moment. Ist das jetzt offen? Ich... Ach da oben. Haha. Echt jetzt? Ich weiß gar nicht, wie ich wieder hochkomme. Nein, wieso springt sie denn nicht hoch ab, Mann? Nein, nein, nein. Nein! Nein! Oh Gott, was ist ja das? Das ist das Schlimmste, was ich hier machen musste. Was ist denn das? Okay, okay. Ich verstehe dieses Level nicht mehr. Nein, wo kommt der denn jetzt her? Das kann ja gar nicht sein. Das kann halt echt nicht sein. Immerhin, das scheint gleich zu sein. Lass der Fisch jetzt hin. Ach das, dafür waren die zwei, damit hier ein Muncher ist. Okay. So. Wieder hier. Ich kann nicht mehr. Ich bin voll, ja. Man hat irgendwie so eine tägliche Toleranz gegenüber Trolls und dann ist einfach Schluss. Dann verfällt man in so eine Art Katatonie und nimmt es einfach nur noch hin. Man kann denn nicht ausweichen. Was wollen sie? Das kann es ja wohl nicht sein. Das wäre ja übelst präzise jedes Mal. Jetzt kann ich den hier rüber werfen. Wovon ich irgendwie möglicherweise was hab. Das wird immer merkwürdiger. Das wird halt echt immer merkwürdiger. Das macht so langsam keinen Sinn mehr. Warum? Was ist das denn jetzt? Blume? Ich lebe noch. Oh nein, du Sack. Du hässlicher. Okay. Ich nehm's zurück. Jetzt darf ich wahrscheinlich diesmal nicht hier stehen. Ich mach's trotzdem. Okay. Ich hab ihn vergessen. Ich hab ihn vergessen. Echt, Mann? Wie soll denn das gehen? Ohne, dass man in diesen Manche reinfällt und nicht das Pau hier frameperfekt dahin wirft? Kann ich das Pau vielleicht instant werfen? Wieso wird das eigentlich nicht hierdurch aktiviert? Oh, wird's? Wird's? Aber darf ich nicht. Oder vielleicht doch. Wir kriegen ab jetzt einfach mehrere Lösungen pro Troll. Ist mir recht. So, diese Bahn hier. Ich weiß nicht genau. Zack. Das halt merkt... Ach so. Ach so. Ja, wahrscheinlich interessiert es den, den Ersteller. Wer ist nochmal Troll-Void? Der, es ist ihm eigentlich schon völlig egal, wie man die Trolls umgeht. Weil er weiß, spätestens jetzt freut man sich sowieso nicht mehr drüber. Also. Bluebell. Oh, ich hab's geschafft, die Bombe zu treffen. Scheint gar nicht mal so schwierig zu sein. Fisch. Zweiter Fisch? Kein zweiter Fisch? Bin enttäuscht. Wir gehen doch jetzt bestimmt auf hier. Immerhin. Ich glaub, dass er nicht alles geändert hat, liegt einfach an den Limitierungen des Spiels. Wenn er die Möglichkeit dazu gehabt hätte, hätte er wahrscheinlich alles komplett neu gemacht. Ich zögere. I got? Da fehlt noch ein Objekt in dem Satz. Lazy? Hätte man aber nicht sofort machen können. Nee. Muss ja die anderen Münzen haben. So, was macht das jetzt für einen Unterschied? Das ist die große Überraschung. Ah, was? Im Ernst, wie? I'm nice? Ist er wirklich nice? Ich will nicht da hochspringen. Ich hab da ein ungutes, ungutes Gefühl. Ich hab's echt geschafft. Wow. Was für ein Level. Das Level, bevor man nochmal alle roten Münzen einsammeln musste. Das war schon eines der härtesten überhaupt. Und das war einfach der totale Overkill. Ich hab mir noch nie, ich war noch nie so kurz davor, alles hinzuschmeißen und nur noch den, den Weg zu suchen, wie das Level abgeschlossen wurde, ohne zu sterben, um es hochladen zu können. Echt, ey. Ja, aber faszinierend. Jetzt, jetzt muss ich erstmal, jetzt mach ich ein Nickerchen oder so. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.